hallo freunde und herzlich willkommen zurück bei prison architekt hier im frauenknast und letztes mal waren wir nur damit beschäftigt die ein bisschen hier zu beruhigen die sind immer noch hier hart am abgehen ja alles hat angefangen mit diesem dieser dass die banden mitglieder wütend sind weil wir in anführer bestrafen ja so ist das halt auch der muss bestraft werden mal ich kann es auch daran liegen dass wir hier diese hier zurück erobern kann ich aktuell gar nicht sagen könnte das aber mal kontrollieren wird wieder uns das gehört auch wieder uns ja mal sehen ob sie es jetzt beruhigt im aktuellen nichts unter banden kontrolle das ist schon mal gut wir haben noch 28 mitglieder hier ganz schön viel und die lassen auch ganz schön die sauer aus die banden mitglieder wir hoffen mal dass es sich langsam wieder beruhigt und ich würde eigentlich gerne ausbauen und eine razzia machen wird jetzt auch eine razzia machen die werden jetzt noch mal richtig stinkig dann werden aber das ist mir banane wenn sie schlafen mögen sie das eigentlich gar nicht aber was soll mir schon passieren mehr als das was die ganze zeit passiert ja genau sowas nämlich hier ihr tote haben ja schon weg an wohl nicht passieren war noch schön weiter hier ist es schon denn wir müssen ja alle waffen und alles hier raus bekommen was ja so rum kreucht und fleucht das ist sowieso der wahnsinn wie schnell die zu diesen waffen kommen vielleicht finden wir noch währenddessen einen tunnel ist auch noch was ja hier sind auch fertig da haben wir auch schon tunnel gefunden wenn jemand gewährt wird direkt in den anderen trakt verfrachtet sehr schön so sehen auch die ganzen reparaturen kosten mich stetig geld also da dürfen die sich ruhig ein bisschen aufregen aktuell mal wie es mit unserem personal ist da haben wir auch noch tunnel ziemlich weit schon hier ob man dann gleich nach wohl ein paar hier mit man hier abreißen so sehen wo die tunnel herkommen nein da haben wir noch einen so wenn wir richtig was los können wir rein wir müssen noch ein paar wachen noch holen kommt der psychologe dahin auf jeden fall ist fehlt uns jetzt ein psychologe er gut ist das geringste problem wohl so wenig kapital ok er würde gerne raus hier die würde gerne raus und fliegen lilly findley schützliches viel verhalten hat auf jeden fall in jene menge auf dem kerbholz wahrscheinlich man der die wird nicht raus kommen so und der direktor dass die häftlinge unzufrieden mit ihren arbeitszeiten sind ihre probleme machen wollen wenn sie nicht gesenkt werden ok wenn sie mit zwei stunden ok alles klar kommt das auch noch dazu das wird jetzt noch besser denn und nicht mehr arbeiten wollen dann gibt es vielleicht beim essen probleme dann gibt es vielleicht beim sauber machen probleme dann könnte es probleme geben beim kleidung und ja wo geht es dann immer weiter so aber hier oben hat er doch auch rum geschnibbelt ja auch mal außen hat sie es immer noch im gange und die denn noch hat sie machen sie muss die arbeitszeiten jetzt wieder senken heißt es laufen keine programme kommt ja auch noch dazu mehr unruhe gibt es auf jeden fall ja gut dann müssen wir uns wohl darum kümmern dann gucken wir mal in die tagesordnung setzen und zeit auch noch passt eigentlich jeder macht es noch ja dann arbeitet halt nur noch kommen wir mal in die aufgaben ob das so passt ja 70 stunden müssen wir jetzt aushalten jetzt geht es richtig ans eingemachte leute oh man das was 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 da hinten ach da ok kann natürlich sein dass die die umbringen wollte ah je ok alles klar gut dann setzen wir mal wieder toiletten würde ich sagen was ist jetzt mit der razzia das eine lassen wir noch kommen werden sie wohl jetzt gleich noch finden dann setzen wir ein paar objekte toiletten nein 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 toiletten genau 10 bekam man da letzte da wir so gerade nichts ausbauen können weil uns das geld fehlt wenn ich mal tunnel zugraben oder wir können schon aber wahrscheinlich alle tunnen füllen schauen wir mal zu wenig kapital wo die tunnel gefüllt arbeiten die nur noch zwei stunden heißt auch weniger geld läuft kann sich nicht entscheiden hier wahnsinn wie viele schon wieder gefunden wurde beruhigt sich immer noch nicht das liegt natürlich auch an der einzelhaft und wieder drei todesfälle wieso hält denn hier eine als drei verstehe das verstehe ich nicht und die räumt ihr kleider rum damit alle kleider auf oh je das sieht gar nicht gut aus ehrlich sagen beruhigt sich das beruhigt sich das hoffe doch aber wie sieht es hier mit den toiletten aus aber wieder ein bisschen geld vielleicht kann man hier den restlichen tunnel noch füllen da will jemand ausbrechen hier als jemand ganz eilig äh häftling durchsuchen ich habe immer noch nicht rausgefunden wie ich die also direkt jemand anweisen kann sie hier zum beispiel jetzt festzunehmen sehen was jetzt hier passiert folgen die mal wie hin möchte eigentlich hier hoch äh hier todesfälle jetzt hört doch mal auf hund es geht ja gar nicht ob die schließlich dauerhaft eine oder zählt es jetzt zählt zusammen der tag hat schon vier so zu ach hammer ich wir kommen hier nicht zur ruhe wir kommen hier nicht zur ruhe sitzung des besserungsprogramms wir schauen mal hier was wir hier machen können zuschüsse ja da sind wir immer noch dran da ist was gestartet und zwar die grundausbildung die werden wir jetzt mal anhalten wir werden auch behaltenstherapie werden wir definitiv nicht anhalten uns fehlt da immer noch ein psychologe ähm ja die finden jetzt natürlich keine plätze das hier zum beispiel auch nicht das werden wir in dem fall auch mal anhalten jetzt alles anhalten was uns gerade geld kostet und was uns sowieso nichts bringt hier ebenfalls ja klar das lassen wir natürlich an psychiatrisch äh das äh angesucht tot gut ja das strafe haben wir nicht eingeführt bisher wir haben niemand so die hat kein platz ja das kann passieren ne weil alles so unruhig hier ist ähm schauen wir mal transferlisten können ein platz schaffen können nein können wir nicht können wir nicht kein platz schaffen eigentlich mit denen hier mit dem hier mit der frage ohne vorfall das auch noch ein bandenmitglied das beruhigt sich immer noch nicht geht hier kein stück nach unten jetzt wollen sie natürlich auch noch nicht arbeiten oder ein bisschen urlaub haben sozusagen hier in unserem gefängnis also diese mit den heizungen zum beispiel das ist ja ganz nettes feature kann man machen war naja ein bisschen stressig vielleicht wenn man noch immer warm leitung legen muss jetzt aber diese zusatz aufgaben muss ich sagen jetzt bewegt sich hier oben auch was dann geht mein pfeil nach unten ähm kurz mal ähm ja diese zusatz aufgaben sind so ein problem die sind manchmal naja sie sind erstmal nicht immer nachvollziehbar ähm um was es genau geht und jetzt hier klar im bandenfall ich weiß nicht ob das jetzt zu den zusatz aufgaben gehört hat oder ja normale normale sache ist wenn ich hier solche solche blöcke die die eingenommen haben ja solche blöcke hier die banden die räume die sie eingenommen haben ob das ergebnis davon ist dass ich die zurückerobert habe und den chef sozusagen bestraft habe ähm das ist das der finn der hat eine hohe sicherheitsstufe er hockt aber hier noch drin warum das ich weiß es nicht recht ist da unten kein platz ähm ja weiß ich nicht ob das so cool denn heizung ist ja es kostet halt deutlich mehr also man muss da viel mehr geld ausgeben man muss mehr bauen ob das nötig ist naja jetzt mal davon aus dass nochmal heizungen mitgebaut werden ob man da jetzt eine keine ahnung also die zusatz aufgaben sind so lala hätte man ein bisschen ausschmücken können vielleicht ein bisschen mehr sogar ähm dass es auch Sinn ergibt dann wäre das alles vielleicht gar nicht so schlimm gewesen manchmal bricht halt ein feuer aus das ist ganz cool eine mauer ist uns ja schon eingestürzt ähm gibt's noch äh ja dass der priester halt äh amok läuft und hier alle aufwiegelt dann gibt's auch anio alle aufwiegelt äh da habe ich aber eigentlich nichts von gespürt groß das einzige was ich jetzt wirklich spüre und das ist das erste mal dass eben hier Bandenmitglieder so wütend sind diese 28 spiegeln ja wirklich alles und jeden auf wenn's tote gibt ähm dann sind die immer natürlich auch unzufrieden weil sie Angst haben und so weiter sofort und so weiter und so fort und dann ist natürlich ein riesen chaos hier so wie äh ja seit der letzten folge eigentlich schon seit der vorletzten eigentlich schon seit der letzten ist es so richtig ins ans licht gerückt dann haben wir natürlich auch noch hier diese psychisch kranken die sich auf einmal am anfang gerade extremst vermehren ähm und irgendwie auch nie entlassen werden oder ich kann's nicht ganz nachvollziehen weil man sieht auch ja hat man immer noch so probleme man hat weiß nicht wie viele familien da sind äh familien wenn das wir bauen müssen und man ja also ein paar sachen sind einfach seltsam aber so wie das hier aussieht langsam wieder in den ruhigen bereich über hoffe ich doch wollen die auch weniger arbeiten wenn sie weniger arbeiten müssen doch auch ein bisschen äh gechillter und da müssen wir uns halt denn wirklich mal so machen dass es hier unten vor allem weiter geht das würde ich doch gerne machen Raum hier erweitern ich glaub ne 2500 ist jetzt nicht grad viel aber ich könnte diesen Raum hier eigentlich mal klonen aber wenn ich den nur drehe wenn ich den nur drehe dann geht der halt andersrum und das mache ich auch nicht mach mal das doch anders hier zwei das versetzen wir mal legen wir jetzt hier hin machen wir da noch so eine schöne hässliche Mauer rein wo war denn die wände hier rostig glaube ich oder gefallen gefallen habe ich gebaut ja gefallen aber ich kann da ja sowieso da will ich ja auch da will ich ja ne da will ich ja dann äh das stimmt ja so gar nicht habe ich ja so gebaut und wenn ich so noch ne Tür hin baue mal da halt ein größerer in Gang also ein verlegen muss er weg gemacht egal so das verlegen wir so hin und quatsch ah jajajaj kommt doch sowieso denn ah da ist sie ja äh ja okay wir machen da jetzt äh mein Gott was für ein Blödsinn egal so und dann machen wir hier noch eine Wand das machen wir noch das machen wir noch beim zwei genau hier machen wir auch noch eine Wand hin hier machen wir auch eine Wand so und dann machen wir hier noch eine Wand dann stellen wir da so ein hässliches Bett hinein eine hässliche Toilette ich glaube wir haben eins zu klein gemacht könnten sie ja noch vieler bauen das machen wir jetzt so und dann machen wir Wände weisen wir hier wieder ab und dann machen wir hier Wände so und dann machen wir hier Objekt richtig beschissenes Bett und mal Bett ich glaube das ist hier die Matratze und schon wieder ein Aufstand ich drücke mal schnell auf Pause und jetzt gibt es noch eine Autospeicherung mit rein jawoll und so und dann hätte ich doch trotz allem noch gern ein kleines Fenster 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 ein kleines Fenster hier rein und dann kümmern wir uns um den Aufstand und hier oben im Gange wir so lange nicht mehr aufwiegeln ist alles so und das ist schon wieder schneller vorbei als er begonnen hat gut so und dann kümmern wir uns hier noch schnell um die Verleitung da möchte ich hier haben und die darf ich auch bis runter ziehen hier geht bloß bis hierher guckt und wenn wir dann auf sind hört ja gar nicht mehr auf manch jetzt arbeiten sie doch schon nix da hinten auch ja 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 jetzt auf jeden Fall noch ab weiß gar nicht wie lange die das durchziehen wollen das ist mir echt ein Rätsel naja ist schon wieder Tunnel ein Tunnel Fähnchen ok es ignorieren ja lässt uns noch keine Ruhe der Aufstand wir werden beim nächsten Mal schauen dass wir hier mal immer noch ein bisschen Ruhe rein bringen bitte ansonsten werden wir mal ein paar hier in die in die ganz fiesen Zellen hier verfrachten und dann können die da ja da sein fristen dann werden wir mal sehen dass wir alles nichts ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zuschauen lasst mir ein Like da schenkt mir ein Abo schreibt gerne in die Kommentare ich freue mich auf dich und ich freue mich auf dich ich freue mich auf dich schreibt gerne in die Kommentare